Karlsruhe, Juli 2019. Innovation auf dem Wissenschaftsfestival und mittendrin die Hochschule Karlsruhe. Die angewandten Wissenschaften haben hier Hochkonjunktur. Formula Student, Studierende bauen jedes Jahr ein neues Rennauto. Shell Eco-Marathon. Studierende bringen den Spritzsparer direkt von London auf das Wissenschaftsfestival. Trinkwasserbehandlung und Abwasserrecycling mit Membranfiltration. 3D-Visualisierung von Karlsruhe. Der neue Kollege Roboter macht Kaffee und versendet Schuhe. Und das Highlight von zwei Abschlussarbeiten. Ein 3D-Drucker für Keramik, der im 24-Stunden-Betrieb viele Plastikprodukte durch umweltfreundliche Keramik aus der Majolika ersetzen kann. Bei diesem 3D-Drucker für Keramik wird die eigentliche Stärke der Wissenschaftsstadt Karlsruhe deutlich. Innovative Produkte entstehen durch kreative Zusammenarbeit in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Majolika Karlsruhe, die Hochschule für Gestaltung und die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft bilden das ideale Umfeld für die engagierten Studierenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 sage A, im 3D-Drucker NRW. Vielen Dank.